Clueless Donnie Pokémon, das könnten wir mal machen. Okay, sollen wir das jetzt machen? Das machen wir direkt jetzt, das finde ich gut. Okay, warte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Lang ist's her. Aber wir sind wieder zurück. Und zwar Clueless Donnie. Heute zum Thema Pokémon. Chat ist für mich die Richtung, werde ich jetzt bewusst ignorieren. Einmal noch Tschüss an euch. Ich bin jetzt in die Kamera. Ihr habt's gesehen, live ist es jetzt der Vorschlag gekommen, dass ich zu Pokémon ein Clueless Donnie mache. Und ich habe mich dementsprechend null informiert. Mehr Beweis geht nicht. Warum erkläre ich das überhaupt? Ist eigentlich scheißegal. Let's go. Also Pokémon. Leute, ich versuche das ernsthaft zu erklären. Ich muss echt überlegen. Also, ich reine mir das so zusammen. Pokémon ist ursprünglich ein Kartenspiel aus Japan. Also, die meisten Leute kennen Pokémon Pikachu oder Pikachu. Und es geht im Prinzip darum, dass man die Karten ... Oder warte, ich revidiere eins. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe nicht geguckt. Ich revidiere eine Sache. Sorry. Nochmal zurück. Snap, snap, snap. Pokémon ist ursprünglich auf dem Game Boy rausgekommen. Auf dem Original Game Boy. Und es gab Pokémon Red und Pokémon Blue. Dazu kommen wir gleich noch. Scheiße. Das ist so ein Fehler, das zu sagen. Und also, jetzt warte mal. Bevor jetzt nicht ... Ich muss das schon kurz ernsthaft, weil sonst wirkt das hier wie so, ich mache nur eine Comedy-Nummer draus. Das ist wirklich, ich versuche das. Pokémon habe ich, weiß ich, ist so ... Das sind so Bälle. Pokéballs. Und in den Pokéballs sind Monster drin. Und das sind die Pokémons. Monster. Pocket Monster. Daher kommt das, glaube ich. So, und dann hat man in dem Videospiel sozusagen ... Hatte man verschiedene Pokémon-Monster. Und dann hat man gegen NPCs ... Das waren dann irgendwelche komischen ... So einen komischen Monster. So, bleib stehen, Pic. Und ja, genau, der Hauptdarsteller, der Dude, hat so einen Rucksack. Das ist so ein Dude. Der hat solche Augenbrauen. Und der hat einen Rucksack. Und da ist Pikachu immer dabei. Ich weiß aber nicht, ob der immer dabei ist. Jedenfalls laufen die rum mit diesen weißen Pokéballs. Und dann schmeißt man den Pokéball sozusagen in den Ring. Und dann kommt das so raus. Und dann haben die verschiedenen Monster sozusagen Eigenschaften. So ein bisschen wie bei so Role-Playing-Games. So Stärke, kann irgendwelche Zauber machen. Und dann sind die im Ring. Und der gewinnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Pokémon da reinschmeiße, Pikachu, let's go! Und dann ist der im Ring. Und dann kommt so ein anderes Digimon oder so was. Nee, ich glaube, das Digimon bin ich jetzt ... Ah, nee, scheiße. Also Digimon ist was ganz anderes. Digimon ist, glaube ich, ein eigenes Franchise innerhalb der Pokémon-Welt. Kommen wir gleich dazu. Und ja, also die kämpfen dann so. Und dann, wenn mein Pokémon gewinnt, dann darf ich sein Pokémon behalten. Dann habe ich sein Pokémon. Und es geht ... Catch-em-all heißt es. Also man will alle Pokémons bekommen am Ende. Das Ziel von dem Spiel ist, alle Pokémon zu haben, die es gibt auf der Welt. Jetzt merke ich aber gerade, da gab es noch irgendwas mit, dass die in der freien Wildbahn auch rumlaufen, die Pokémons. Also man kann auch irgendwie, es gibt, glaube ich, verschiedene ... Es gibt eine Version von Pokémon, wo der ... Wo man so rumläuft und die sind im Gras oder so. Und dann kann man die fangen. Und dann hast du auch die Pokémon. So. Dann gab es irgendwie Red und Blue, meinte ich ja noch. Das sind, glaube ich, einfach verschiedene Versionen. Das eine ist Red und das andere ist Blau. Und Afrika. Oh nein. Und ... Anyway. Und dann gibt es die Karten natürlich auch. Ich habe ja mit den Karten begonnen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Freunde. Also wenn ihr ... Nochmal, wenn ihr Clueless Donnie nicht kennt, nehmt das bitte nicht als Referenz für ein Referat, falls ihr in der Schule wahrscheinlich so 5. Klasse ein Referat halten müsst über Pokémon. Die Karten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was zuerst kam. Vielleicht kamen doch die Karten zuerst. Weil das ist ja auch ein Sommerspiel. Da gibt es auch so Platin-Karten, die so mega selten sind. Ich habe ja früher Basketball-Karten gesammelt. Deswegen kann ich den Reiz daran verstehen. So Packungen öffnen und dann gucken, was da drin geil ist. Und die dann sammeln. Aber ja, das ist Pokémon. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Pokémon-Spiele. Aber im Endeffekt geht es ... Und dann gibt es Pokémon Go. Da sind die Monster überall hier versteckt. Und dann muss man so einen Ball auf die ... Aber komischerweise schmeißt man dann einen Ball auf die Monster, mit denen man ... Und die sind dann in dem Ball drin. Und dann hat man die. Ja. Und ... Das ... Ja, mehr weiß ich nicht. Das ist ... Das ist mein ... Also das ist Pokémon. Oder nicht? Ich habe versucht. Es ist wirklich ... Ich will das auch nicht verarschen oder so. Weil so ein bisschen kriege ich das ja mit. Ich habe ja einige Freunde. Bestes Beispiel Florentin Will. Der ist ja Pokémon-Fan. Und ich kriege das manchmal auch mit, wenn er darüber redet. Ich habe auch mal, als ich noch bei Rocket Beans war in der Redaktion, haben auch, ich glaube, sogar wir tatsächlich mit anderen Leuten im gleichen Raum über Pokémon geredet. Ich habe das immer aufgeschnappt, aber das ging ein bisschen da rein und daraus, weil ich das nie gespielt habe früher. Aber ich glaube, das war es. Mehr habe ich jetzt nicht. Und jetzt gucke ich in den Chat. War das richtig? Okay, warte. Wie viel war da falsch? Okay, nee, anders gefragt. Eins in den Chat für ... Nee, anders. Wie frage ich denn jetzt, was zuerst kam im Endeffekt? Gab es zuerst das Kartenspiel oder zuerst das Videospiel? Also ein Gameboy-Game. 90% ist richtig? Nee. 100% richtig. Digimon ist nicht Pokémon. Erst die Videospiele. Komplett korrekt. Ach, ihr verarscht mich doch. Ja, wir werden das jetzt hier im Stream noch weiter ausdiskutieren. In diesem Sinne, das war es von mir bei dieser Folge Clueless Donny. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich versuche, Sachen zu erklären, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, aber an das Board versuche, das mir zusammenzureimen. Und ihr habt daran Spaß. Ciao. Ja, wir haben uns jetzt mal wieder. 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 Vielen Dank.